Hi Leute, ich bin Ava, ich versuche euch mal Cookies, danke, mit einem Waffeleisen zu machen. Ich habe nämlich das Rezept aus meinem Buch geholt, und zwar Cookie Monsters. Das ist der Cookie Teig aus meinem Backbuch, ich habe den nur nicht eingefärbt, trotzdem mag ich es bunt. Also, machen wir noch ein paar Sträuße rein. Und die vermische ich jetzt erstmal in meinen Händen. Meint ihr das kein Gen, Cookies und Waffeleisen? Darum ich jetzt hier erstmal den Teig verknete. Da habt ihr euch bestimmt gefragt, Ava, wo hast du dieses Shirt her? Und die meinen Pummeloberring, die gibt ich jetzt alle in meinem Shop. Also schaut auf jeden Fall vorbei, und zwar auf www.alleseva.shop Und jetzt müsst ihr das Waffeleisen einsetzen. Jetzt müsst ihr so kleine Kugeln formen, und legt ihr aufs Eisen. Und ich wollte euch nochmal was sagen, und zwar, ihr könnt mich und HeyEasy nochmal am 30. Aprilstag in Nürnberg treffen. Tada, es hat geklappt. Ich denke, die sehen richtig cool aus. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.